Hallo und du kommst zurück zur Anarbeitung vor... oder vor? Nein. Den Namen an die Leute, die das letzte Video bewettet haben. Lass doch auch bei diesem Video einleitern. Das hilft nun gemein, geht es wohl mehr fix. Und dauert noch nicht mal 2 Sekunden. Ich glaube es wäre nicht dauernd. Entschuldige Ecke liegt dafür. Also wir machen jetzt erst mal weiter. Bei der Herausforderung, wie es hart ist. Kann auf jeden Fall nicht schön werden. Also wir müssen nach da oben. Warte noch. Es ist zu dunkel. Das habe ich verstehen können. Es ist zu dunkel. Es war ein bisschen hier. Über den? Ongling? Ja. Ich denke, es ist gut. Ich glaube, es ist gut. 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 Ja. Ja. Machen wir. Direkt. Wenn ein Opfer verlangt dann. Machen wir. So. Machen wir 3 Stück. Machen wir 4. Okay. Wenn ihr Stück beschlitzt werden wollt, dann mache ich das. Das ist gut. Oh ja. Ich dachte, er hat nicht mal gezählt, obwohl er genau auf der Kante war. Ich bin da noch nicht in der Kante war. Ich bin da noch nicht in der Kante war. Ich habe mich noch nicht in der Kante war. Also wieder, sovusk... ... sovusk... ... sovusk... Jaaahe... ... dann mach... Was? Was? Okay. Ah, gut. Müssen wir noch kein Leben mehr aufsammeln, na? Nein, jetzt nicht so. Wo sind denn die? Was ist denn? Okay, jetzt nicht so. Wo sind denn hier? Ja. Beidrücken. Spam. So. Haha. Alter! Das hab ich gut gemacht. Ich muss das schon sagen. Okay. Ich schaff ja einen Sprunghälter an. Warte, was ist das? Nee, ich schaff das nicht. Warte, jetzt können sie sofort springen. Ja. Vielleicht dann musst du mit dem Sprung auch gehen. Okay. Ich mach mal. Ich mach mal Leben. Ja, ja. Ich mach mal Leben. Ja, ja. Ich mach mal Leben. Ich mach mal Leben. Sorry. Ich mach mal Leben. Aber ich mach mal Leben. Okay. Ich mach mal. Ich hab nur das Racken geblieben, aber die Scheiße ist die Waffe. Willow? Okay. Kommen rein? Mhm. Okay. Weil der Mann x2 dann noch mal ausfällt... gut, ne? Ja, der auch mal was interessantes sagen kann... hallo? Hm... Warte mal... ich weiß jetzt gar nicht wo ich bin der aus dem Boden ist voll motiviert raus ein paar festen so, dann haben wir das auch wieder ich habe kein Problem machen wir mal so so machen wir das mal ich glaube so ist das besser und hier ist nichts nicht wirklich hallo also ich hoffe ja dass die lautstelle zu sehr passt schmeckt ja ein bisschen was in die Welt jetzt mal mal gucken da ist schon wieder einer ich glaube warum geht es jetzt nicht weg da kommt wieder was ganz leichtes da ist 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 blöd da ist blöd hier ist nichts mehr los da ist 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 blöd da ist da ist da wir sind gleich nach da ist da sind wir noch Wann denn hier? Okay. Ist das doch hier? Ich würde eigentlich gar nicht da rein Na, da ist kein D hier rum? So ist man da, Supergates die ganze Zeit Oh, schön Woher? Weggekommen, ne? Ja, und sonst so Das ist nicht schön So bitte, Rupa Ah ja, jetzt sind wir hier wieder Ah, das ist schon mal Dann müssen wir versuchen, wir versuchen Hey, 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 das ist so, haben wir das nicht? Ja Einmal speichern Einmal speichern Bestimmt Ach, da war es ja Ach, das traut sich da nicht an Hm Da muss ich mal ein paar Hände überlegen Da oben geht es irgendwie weiter Ja, das ist sehr gut Ja, das hat sich auch ein paar Hände Dir ist es so schön Das hier Ich glaube Was ist das hier? da geht es auch weiter da oben wie kommen wir denn da hin, sind wir jetzt hier fertig oder? was passiert da nichts, wenn ich seinen Kopf drehe? das ist jetzt am einfachsten ich muss da ein schädel zu drehen und fertig das geht wo wir tauchen ok ich würde mal sagen, damit ich mal wieder prüfen kann, ob alles so läuft wie es laufen soll dann beende ich immer die Folge wir sehen uns in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschau